Jo, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Left 4 Dead 2, wenn ich mich nicht irre. Und zwar hier wieder mit dem lieben Flo. Hallöchen. Mit dem Horch & Cook. Yeah. Hallö. Und dem Niklas. Hallihallo. So, ich muss ja drei Kanäle verlinken heute, wahr? Boah, krass, oder? Richtig krass, ne? Auf meinem Fall gibt es ein Gewinnspiel. Echt? Wie lange geht das Gewinnspiel noch? Bis es einen Monat noch. Achso, okay. Also, weil sonst, ne, weil der Monat noch nicht habe. Was ist denn bis einen Monat noch? Bis heute in einem Monat. Bis einen Monat. Okay. Langes Gewinnspiel. Ja, ja, aber weißt du, bei 26, 27 Monat, die ich habe, da... Ja, es dauert natürlich einen Monat, bis alle drauf waren. Richtig. Weil der YouTube so was sich nicht abschmiert. Schon klar. Oh, da ist noch einer. Ey, du musst da nicht hinfallen, wenn du auf mich zurenst. Das kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, das ist ein Überlebender. Warte doch mal. Alter. Sollte nicht eigentlich letztes Jahr irgendwie so ein... Oder ist es vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so... Oh mein Gott, das ist ein Charger. Ne, nicht Charger, so ein anderer. Oh, was denn? Das ist eine Munitionsküste. Ey, jedenfalls so ein... Ist ja auch ein Tattoo-Studio hier, oder? So ein Zombie-Porno rauskommen? Beim Tätowieren? Waaah! Fuck off, you! Leck hier! Ich werde hier mit der... Am Arsch! Ja, ich habe gerade... Du bist safe! Guck, da drin ist, da sollten wir erstmal kurz nicht reingehen, Leute. Oh, die ist abgefreit, rennt rein, scheiße! Ich dachte, man kann da vielleicht durchwerfen, aber nein. So ein... Doch, gehen da trotzdem hin. Okay. So ein Goppel, ey. Das ist Dankeschön. Ähm... Ne, das heißt Kompliment, geht hier nicht rein, ich opfer mich! Hier rein. Ah, ich bin auch drin. Pension angezündet. War das clever? Ja, das Ding brennt... Ja. Oh, guck mal, hier sind neue Waffen! Oh, mein Gott. Brennt ja nicht. SP hier! Oh, ich habe ein Laser-Vizier. Hey, hervorragend. Puh. Ich habe Schrottwaffen gefunden. Oh, was denn hier? Ist da nichts? Ist da nichts? Doch, da hinten auf dem Billardtisch. Da ist eine Schrottwinde und ein... Waaah! Hilfe, 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 Hilfe! Geil, ich helfe dir ja schon. Ich habe das Cyber mitgenommen. Alter. Was kommt denn da so eine hässliche? Hey, bleibe ich mich nicht. Ah, verpiss dich doch. Schrei doch nicht so blöde. Kümmer dich doch. Klopf wenigstens vorher mal an oder so. Tut mir leid. Blöde Kuh, ey. Die springt mir da weg. Ja, ist ja okay. Ich bin da dir, Sisi. Wow. Da müssen wir lang. Wo seid ihr? Ne, noch nicht. Hä? Ich bin auch verwirrt. Ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir müssen hier... Oh, da ist ein Splitter hinter uns. Ah, tot. Oh, der hat noch mal gekotzt. Ja, genau. Flo, du bist doch am Arsch der Welt. Wo bist du denn? Ne, da rege ich nicht durch. Ich bin nochmal zurückgenommen. Flo, du schaffst es alleine. Ladies first. Ne, ich bin nochmal... Oh, warte mal. Gab es denn noch irgendwo Munition? Ja, aber hier gibt es Waffen. Da will ich ja nicht. Hast du keine Munition mehr? Ich glaube, wir müssen hier hinten raus, oder? Na, ich weiß, dass ich bald keine Munition mehr haben werde. Wahrscheinlich. Wir müssen doch hier hinten raus, oder? Da geht es nicht lang. Keine Ahnung. Ey, total assi-deutsch, oder? Mr. Truman hat Boomer getötet. Hast den? Wo sind denn die Artikel hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Tut mir leid. Ja, du, da kann ich auch noch mal sagen. Boah, hab ich mich voll im Zuger-Schocken. Da hab ich so'n Dö-Dö-Dö-Schonk-Geräusch. Da schießt er nicht auf mich. Auf, 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 bei... Ihr müsst alle mal auf die Call of Duty-Seite gucken. Auf die offizielle Call of Duty-Seite. Ja. Ich will in den Puff. Ich... Da will ich nicht rein. Ja, wer will da nicht rein? Ich bin ja sowieso ne Frau... Ah, Hallöchen. Jedenfalls, da hab ich auch ein Video dazu gemacht. Das ist folgendes. Das ist einfach... Die haben auf ihrer Seite geschrieben, äh... Mit dem Season Pass kriegt ihr irgendwie ein Jahr Konent. Und die haben zum Beispiel geschrieben... Was ist Konent? Ja, Content, ne. Aber die haben sich halt volle Kanne verschrieben. Und dann haben sie noch einmal geschrieben, hier, von wegen... Hau ab! Von wegen... Ihr habt... Sie haben keine Schotze, also nutzen sie ihn. Das ist ziemlich lustig. Oh Mann. Reloading! Die haben es auf jeden Fall drauf. Ja, für werbe ich ruhig auf jeden Fall. Hab es mit Absicht genießen. Ja, scheiße. Ich mach doch mal... Nen Skandal, äh, hier. Alter, warum... Warum habt ihr mir die nicht mitgenommen, hier? Ähm... Oh mein Gott! Oh, wie geil ist das denn? Guckt mal bitte, das war die Waffe, die ich habe. Die habe ich gerade durch die Wand aufgehoben. Die müsste da oben nochmal liegen. Was? Ne, doch nicht. Oh. Guck, geht das MG an, da, was ich habe hier? Ich hab den doch schon erschossen. Sag mal. Hey, durch die Wand? Hier, ich stehe hier. Ne, oben, da lag das. Guck mal. Ja, ihr seht ja hier noch hoch, vielleicht liegt sie ja da. Uh, Hunter, Hunter auf mir. Alter, der hat uns innen gekillt. Hunter nicht mehr auf dir. Ich hab nur 143 Schuss. Ich geh mal ins Bett. Was ist das denn? Das ist so eine Crackhülle, oder? Oh, hier liegt... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und wer hilft dir wieder, sagt Heuschi. Ja, danke dir. Heuschi hat voll krass korrekt Char-char gehürtelt. Super. Du weißt ja, wo du Deutsch haben, oder? Ja, vollkommen krass, Alter. Guck mal, da kommt jemand rein. Guck, wer kommt von draußen rein. Holla-di, Holla-du, das muss wohl ein Horschi sein. Oh, hier sehen wir noch mal. Nehme mal das Snipergewehr, meine Waffe ist leer. Nehme mal das Snipergewehr, meine Waffe ist leer. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Hier ist eine Kiste. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Snipergewehr ein vollkommen falscher Begriff ist. Weil? Weil Snipergewehr einfach so hart doppelt gemoppelt ist. Oh mein Gott, wer ist Sniper? Was ist das? Wer ist rausgesprungen? Ein Defi. Ich bin nur fast aus dem Fenster. Er lacht ein Defi hier. Cool. Hilfe! Wow, wow, wow. Ich wurde geritten. Zum ersten Mal im Leben. Ich sehe, ich sehe gar nichts. Oh, oh, ich höre hier irgendwas, was... Ja, hier ist gerade ein Boomer explodiert. Rülps. In front of me. In front of me. Aber mit meiner NG ist das alles kein Problem. Halt ich einmal kurz rein und dann ist das alles, alles Geschichte. Aber der hat auch nicht gekotzt. Das heißt, ich rechne jetzt erstmal alle an hier. Ach, Quatsch. Immer auf die Beach. Diese Schuss brauche ich denn, um einen zu treffen. Zu treffen? Oh, oh, da ist ein Joggy. Wo seid ihr jetzt? Ich glaube, wir müssen aus dem Fenster raus. Ja, hier. Gibt es hier noch ein Gewerr, was in Ordnung ist? Okay. Ne, ne. Geht die Mutti mehr? Alles klar, ne, ich... Ja, bevor die LA alle ist. Ach, die wird doch nicht alle... Natürlich. Nein, so schnell nicht. Hier können wir einen Puff rein. Nein, überhaupt nicht. Ja, komm mal. Ey, ist bei der Stammkneipe hier. Geil. Haben wir hier nicht schon mal? Doch, nicht so der Puff. Achtung. Schade eigentlich, ne? Hinter uns, hinter uns. Wo ist denn hinter uns? Ich sehe gar nichts. Der ist nicht mehr. Ach, einer. Und deswegen rufst du hinter uns, oder was? Ich glaube, das ist ein Dorfpuff. Ich schneide dir die hier unten gerade alle weg. Alle? Ja, nein, so um ein paar. Pass auf, da kommt ein Splitter. Der kann noch nix. SB, du schäfst hier. Gratisch ist ganz gut da. Da leckst du doch. Nur weil ich bald tot bin? Oh, ich übrigens auch. Das ist echt ein Punkt. Hilfe, Hilfe, hinter uns. Zunge, Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Treppenhaus. Doki. Du hast gerade Greeny zu helfen. Ich habe schon, das ist nicht von dir. Wie lange du gebraucht hast, um diese hässliche, weiß ich was, zu killen. War ein Schuss. Ja, aber du hast lange gebraucht, um den Schuss auszuüben. Komm mal jetzt her, komm mal jetzt her, komm mal jetzt her, komm. Komm mal jetzt her, hier, 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 komm. Ja, ich musste ja auch erst mal hier wieder. Nee, nee, das heißt wir schütteln. Wapp, wapp. Du musst aber alles sagen. Hör mal die Bitch. Was ist mit Greeny? Guck mal, die Frau kümmert sich, ja? Ach, will ich dir nur mal sagen, ja. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Danke dir. Und Greeny, ich kann nicht, du brauchst aber auch Hilfe, oder? Ich brauche auch, lol. Ja, stimmt, ich brauche auch Hilfe. Aber ich danke dir. Danke, dass du mich hier beschützen wolltest. Ja. Ah, die mag ich mehr. Okay. Wenn alle tot sind, der Kameramann muss stehen. Er muss sehen, wie es zu Ende geht. Wie ihr alle so super wichtig gerade lauft, so mit Deckung und keine Ahnung was. Ach so, was seid ihr denn? Ja, brauche ich nicht. Der größte von allen. Da war ein Benzinfass, du musst draufschießen. Ich glaube, euch hat hier gerade einen Molotow hingeworfen. Nee, das war ein Zinfass. Hilfe, 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 Zunge, Hilfe. Ah, warum werde ich mal von dieser hässlichen Kuh erwischt? Ähm, danke. Weil sie es kann. Sie steht vielleicht auf dich. Ach, legt mich da. Oh, von hinten, von hinten. So ein bisschen so. Ich glaube, wir müssen ja dann vorne raus. Ach, ich habe eine Idee. Lasst mich ruhig zurück. Müsste eigentlich auch gehen, Alter. Ja, wo ist es hin? Hast du bekommen, hast du es bekommen, okay. Oh, was? Das ist ein Splitter. Oh mein Gott, nicht schon wieder ich. Du schon wieder. Immer auf die Frauen, ne? Immer nur, ja, ja. Immer auf die kleinen, kleinen, schwarzen Frauen. Alter, weißt du, da stehst du in der Ecke und wirst du trotzdem noch von hinten erschossen. Ich schon in der Ecke. Das ist gerade hier reingelaufen. Da haben wir beide in der Ecke gestanden. Das ist eine Witch, aber das war nur eine Witch. Äh, ich. Den trifft aber auch keiner, oder? Die Rad bringt den Müll raus. Halt die Klappe. Hier ist Müllbring raus. Wo sind wir denn jetzt schon wieder hier? Kommt mal hiermit. Ähm, keine Ahnung. Ihr lauft aber auch beide rein in Real Life, ey. Wir würden nicht mal drei Minuten erleben, wir wären schon alle ins Gegenteil erschossen. Ja. Wahrscheinlich hätten wir uns alle vier auch gleichzeitig erschossen, oder so, ja? Ja, wir stehen so in einem Viereck und zielen auf uns. Ich sag mal so, ich war mal beim Kuppel, da hatten wir eine schöne Softair-Schlacht gemacht. Du bist zuerst. Da war Friendly Fire. Äh, fuck, Alter, ich wollte gar nicht runterspringen. Ich sehe auch, es ist wie bei uns zu Hause. Ah, ich hab sogar Gäste. Wie weit geht das denn? Auf jeden Fall ein schönes Zimmer, du. Oh mein Gott, da ist ein Charger. Ich sehe gar nichts. Ich könnte ja jetzt mal fragen, wo ist denn das Klappe. Ich glaube, die Frage ist ja überregelt. Ja, scheiß einfach hin, wo du stehst. Das ist vollkommen wurscht. Green Tea hat einen Charger erschossen, den habe ich nicht einmal gesehen. Das ist gut. Da kommt, nein, nicht ein Jockey. Oh, der geht wieder auf mich. Ich wusste nicht möglich. Ich glaube, der ist auf mich gegangen. Ja, aber ich habe ihn dann erschossen. Kommen wir da oben hoch? Ja, ich glaube, da hinten ist eine Treppe. Da ist ein Leiter auf jeden Fall. Guck mal hier, hier ist ein Tunnel. Da ist ein Leiter, ich will da rum. Ich sehe gar nichts mehr hier. Bleib ruhig in der Piste stehen, ist kein Problem. Oh, ich stehe eigentlich ganz gerne hier drin. Ich kann mich heilen. Bin ich ein bisschen wie bei dir. Oh, okay. Was denn? Nix. Meine Munitionskiste ist weg. Boah, das ist schon fast wie Outlast hier. Alter, Alter. Iran, meine Munitionskiste. Wo ist die hier? Da hinten ist ein Boomer. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Ich mach mal hier. Der ist weg. Pass mal auf hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Dreh dich mal um. Guck mal hier. Wow. Explosive Rounds. Yeah. Hinter euch nicht. Also das ist eine Sprengladung. Hinter, habe ich gemerkt. Hinter mir stehen meine Leute, die mich abschießen. Und zwar aus zwei Richtungen. So wie zum Thema hinter euch. Ich streck damit nicht. Boah. Gehen wir weiter, okay. Ich tue mal weiter. Thema, warte doch mal. Warte doch mal. Einer für alle Errungenschaft. Für Greentree. Wieso, was muss man dafür machen? Oh. Was muss man dafür machen? Andere kann ich retten oder so. Nein, ich mach runtergefallen. Oh, da kommt irgendwas hoch. Da kommt irgendwas hoch. Pass auf, Steezy. Oh, oh, oh. Das ist ein Charger. Hast du den? Okay. Ja. Wir bleiben jetzt hier, glaube ich, erst mal stehen, oder? Voll die Schüsse, aber ich glaube, es ist auch besser so. Ich gehe nicht runter zu dir. Oh, alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Oh, na, ich stehe, ich bin... Oh Gott, ich komme runter. Ich bin down, dann. Ich lieg... Nein, jetzt lieg ich mit dem Gesicht in der Pisse. Aber hingehen? Ach, blö. Ja, ist zu viel. Ich werde aufsterben. Ja, okay. So langsam sollten wir uns mal auf den Weg dahin machen. Ich bin tot. Ich bin so fast tot, so. Boah, hast du jetzt mal auf, um mich einzuschlagen, du kackst? Ach, wir müssen hier erst wieder hoch. Ich werde einfach runterspringen jetzt in den Lok. Ich werde einfach mal in Ruhe, die Zombies. Boah, ich bin frei. Aber ich komme zu CZ nicht mehr. Beziehungsweise... Ich helfe dir mal hoch. Dankeschön, Sendet von dir. Ja, ja. Ich habe noch 39% gehabt, also wäre sowieso vorbei gewesen bei mir. Ach, hier sind die aber fast am Schutzraum. Ja, fast, aber nicht. Oh, warte noch mehr. Oh, mein Gott. Alter, schwierig. Ich bin festgenagelt. Hilf mir. Ich bin tot, ich bin tot. Hatte ich mir. Schwierig. Ich bin tot. Ich schnettze die alle weg, wir lebt ihn mal wieder. Wenn ich irgendwas sehe, wenn du alle wegschnettzehn würdest, hätte ich hier kein Problem. Das Problem ist, das Problem ist, ja. Wir hätten Säure drin, alle. Ja, das ist das Problem. Ja, ich bin alle tot. Ja, vorbei. Ach, leck mich doch, Alter. Und warum? Weil ich reingefallen bin. Weil du reingefallen bist. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.